Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich ein besonderes Brot, ein sehr gesundes Brot ohne Mehl, ohne Eier, ohne Öl und schau dir wie ist das geworden. Wirklich ein super schönes Brot, ist sogar schön weich und wenn wir ihn in die Scheiben schneiden, hält seine Form. Es krümelt nicht so stark wie so Nussbrote. Es ist wirklich ein super schönes, gesundes Brot. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich dieses Brot gebacken, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Folgende Zutaten habe ich mir auf den Tisch gestellt für dieses Brot. Apfelessig brauchen wir, ein Backpulver, aber nicht ganz normales, sondern diese Rheinweinsteinpulver. Das ist glutenfreies Backpulver. Meersalz. Dann habe ich gemahlene Mandeln, es ist egal welche ihr nehmt, ob das die mit der Schale oder die welche so blanchiert, nun weiß. Blotsammenschale, Goldleinsamen, ich könnte auch nehmen ganz normale Leinsamen, Kokosplocken und Walnüsse. Statt Walnüsse kann man auch andere Nüsse nehmen oder Pinienkernen nehmen. Das was ihr gerne mögt oder vielleicht das was ihr im Haus habt. Wir haben jetzt viel Walnüsse, deswegen habe ich mir jetzt Walnüsse vorbereitet. Walnüsse werde ich klein so hafen, nicht zu Mehl, sonst dass ich so eine Stücke habe, so und gebe ich dann auf die trockene Pfanne und röste die ein, dass diese bisschen Nussaroma mehr rausbekommen. Und den Zucchini brauchen wir ungefähr so 150 Gramm, aber schon geraspelt. Bisschen mit Salz werden wir machen, dass es das Wasser rauszieht und dann ausdrücken und dann von dieser ausgedruckten Masse musste ungefähr so 150 Gramm sein von der Zucchini. Diese kleine Zucchini jetzt wiegt 230 Gramm. Mal schauen, ob ich das rausbekomme oder muss ich Stückchen von dem großen abschneiden. Das war es dann aber schon. So, die Nüsse habe ich jetzt gehackt und stellen die zum leicht anrösten, nicht schwarz machen, nur dass die ihre Aroma bekommen. Und jetzt nebenbei reiben wir auch unsere Zucchini. Einfach auf die grobe Reibe. So, die Zucchini haben wir gerieben, geben wir ganz bisschen Salz. Und so verdüren. Und lassen wir es mal kurz an die Seite stehen, bis das wir es gebraucht werden. So, Zucchini stehen auch an die Seite. Und jetzt noch was wir sollen vorbereiten. Kokos pflücken. Sollen wir etwas zermahlen, so ungefähr zum Mehl machen. Und dafür verwende ich diesen Smoothie Mixer. Hier ist diese vier Messer. Und deswegen kann man besser zermahlen. So, nicht zu lange machen. Und können wir schon in unserer Schüssel, wo wir Teig werden machen, schon alles da rein geben. Genau das gleiche machen wir auch mit Leinsamen. In meinem Fall diese Gold sind auch sehr, sehr gesund. Und zermahlen wir hier auch. Es geht wirklich so schnell. In Sekundentag hat man das. Ich finde, dieses Gerät ist wirklich für mich sehr, sehr nützlich in der Küche. Ist bei mir, kann man sagen, jeden Tag in Einsatz. Egal, ob ich mir Smoothie mache, oder muss ich was malen, oder Pesto machen. Ist einfach perfekt. Geben wir jetzt in unsere Schüssel alle trockenen Zutaten. Noch dazu Flohsamenschalen, Mandeln, ganz bisschen Salz, Backpulver. Liebe Freunde, alle Zutaten, alle Männerangaben sind unten in der Beschreibung. Lesen Sie bitte danach. Und dann kommt auch die Nüsse, genau. Die Nüsse nicht vergessen. Alle trockenen Zutaten gut miteinander verrühren. Ich habe mir jetzt Wasser abgefogen und dazu geben wir zwei Esslöffel unserer selbstgemachte Apfelessig. Verrühren und werden wir schon unsere Zucchini ausdrücken und abwiegen. Abwiegen dann schon ausgedruckte Masse. So habe ich ausgedrückt und raus bekommen 149 Gramm Zucchini. Ausreichend. Und jetzt können wir noch das Wasser dazu geben. Ihr könnt auch den Mixer mit Knetehaken nehmen und alles gut verrühren. Ich mache das mit der Hand. Die Masse soll wirklich so ziemlich so pumpig sein. Auf keinen Fall flüssig. Deswegen würde ich euch raten, nicht gleich komplett Wasser dazugeben. Wenn etwas bisschen mehr Flüssigkeit in der Zucchini übrig geblieben, dann kann passieren, dass wir dann Brot bisschen so klebrig und, naja, nicht gut so richtig gut kneten. Weil Flursammenschalen werden auch noch aufquillen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Schon ein paar Minuten kneten. So liebe Freunde, schaut. Ich habe vielleicht so eine, eineinhalb Minuten jetzt mit meinen Händen geknetet. Es muss auch nicht lange kneten. Schaut die Konsistenz von dem Teig. Den kann man formen. Es ist nicht trocken, aber auch nicht flüssig. Und dieses Verhältnis bei solchen Broten muss man wirklich halten. Es ist viel abhängig von den Flüssigkeiten. Die muss zum Schluss dazu gegeben und nicht gleich alles, sondern schluckweise, nur portionsweise. Und dann seht ihr, ob ihr noch mehr braucht oder nicht. Es kommt an Qualität von den Nüsse, von Flursammenschalen, von den Zucchini, von vielen. Und auf das muss man wirklich sehr achten, wenn ihr wolltet ein qualitativer Endprodukt haben. Ich werde das Wasser abwiegen, weil es bei mir ist genauso jedes Mal. Wenn ich zum Beispiel andere Nüsse nehme, statt Walnüsse schon Pinienkerne und statt Goldleinsame einfach Leinmehl, dann ist das auch schon ganz anders aussieht. So, geben wir unseren Teig auf das Backpapier. Und werden wir ein Brot gleich formen. Kann man die Hände ins Wasser tauchen. Einfach feucht machen. So, und was habe ich vergessen zu sagen, das Wasser war warm. Nicht heiß, nicht kalt, sondern warm. Ein bisschen mehr als Zimmertemperatur. So, ein bisschen dicht machen, dass er danach nicht bröckelt beim Schneiden. So, ein bisschen glatt streichen mit den feuchten Händen. Ich verwende dafür das Blech für die Pizza. Weil ich finde, wenn es mit Löchern, dann Zirkulation von der heißen Luft ist besser. Besonders bei solchen Broten, bei sozusagen schweren Broten, ja dann zirkuliert die Hitze von unten auch besser und wird es besser durchgebacken. Was wir noch machen, das ist noch ein kleiner Schnitt in der Mitte, wie bei den Broten ist. So, ich stelle mein Brot jetzt in kalten Backofen und schalte mein Backofen auf 180 Grad Umluft und wird das Brot gebacken zwischen 80 und 90 Minuten. In dieser Zeit bitte nicht den Backofen aufmachen, heiße Luft rauslassen, kalt rein. Dieses Brot mag das nicht. Vielleicht irgendwo am Ende, aber in der ersten Stunde bitte den Backofen zuhalten. So, jetzt geht es in den Backofen und wir sehen uns, wenn unser Brot fertig ist. So meine Lieben, nach 80 Minuten hole ich jetzt mein Brot raus und wir legen ihn gleich auf dem Gitter. Nach einer Stunde habe ich dann ganz schnell den Backofen aufgemacht und oben drauf Papier draufgelegt, dass er nicht sehr dunkel wird, weil er war schon richtig schön dunkel. Schau dir, er ist ein bisschen sogar aufgegangen, wenn er so auf die Decke schaut. Und jetzt, bevor wir das abschneiden, muss er unbedingt vollständig abgekühlt sein, dass er dann nicht sehr toll krümmelt. Und abkühlen unbedingt auf so ein luftiges Gitter, dass die Luftzirkundulation von allen Seiten ist und dass er nicht unten schwitzt. Nicht bitte auf Brötchen drauflegen oder so, sonst wird dann schwitzen und der untere Bereich von den Brotscheiben wird klebrig und feucht. Er muss jetzt richtig schön abgekühlt werden. So meine Lieben, unser Brot ist jetzt abgekühlt, vielleicht ganz, ganz, ganz leicht, spüre ich ihn von der Mitte lau warm. Werden wir jetzt probieren und abschneiden. Ein bisschen und natürlich, wie es schmeckt. Weich ist er. Schaut ihr, wie schön weich. Schaut ihr, wie sieht er aus. Richtig schön flüssig sogar. Es krümelt nicht. Sieht man, wie grob habe ich die Nüsse gehackt. Richtig puriges Brot. Schaut ihr. Sogar oben hier ein bisschen so aufgegangen. Jetzt natürlich auch probieren, wie es schmeckt. Erstmal pur. Mhhh. Ein schönes, nüssiges Brot. Ich habe hier auch kein Öl reingemacht. Aber durch das Nüsse spürt man, wie das bisschen Öl im Brot ist. Schaut ihr. Er krümelt nicht. Er hält seine Form in Scheiben. Es ist wirklich eine super Alternative zu dem richtigen Brot. Wenn man abnehmen will oder mal Detox-Core macht oder fastet. Es ist wirklich super Brot. Brot muss ich ehrlich sagen. So liebe Freunde. Wie immer sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns ein leckeres, gesundes Brot gebacken. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare. Über Daumen hoch. Wie hat es euch dieses Brot geschmeckt, wenn ihr das nachgebacken habt. Und bitte achtet auf diese alle Tipps, was ich euch sage. Sagt euch es nicht umsonst. Vielleicht meine Videos etwas länger als die anderen. Aber ich möchte gerne euch immer warnen von bestimmten Sachen, dass euch was nicht schlecht wird. Oder nicht kaputt geht. Oder gar nichts gelingt. Deswegen achtet auf das, was ich euch sage. Und es wird alles funktionieren. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal liebe Freunde. Tschüss.